Wenn wir einen Brief des Johannes lesen, geht es ja immer wieder um die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Gemeinde Jesu ist die kostbarste Verbindung, die es überhaupt geben kann, aber zugleich auch die angefochtenste Verbindung in dieser Welt, auf dieser Erde. Und darum haben wir auf der einen Seite im ersten Johannesbrief immer die freudige Mitteilung, dass in der Gemeinde Jesu etwas stattfindet, was in der Welt nicht stattfinden kann, nämlich Einheit im Geist, Liebesband und Versorgung aus dem Himmel. Aber auf der anderen Seite auch die Mahnung, wachsam zu sein, dass nicht das Wesen dieser Welt Einfluss nehmen kann, auf diese wunderbare, herrliche Gemeinschaft der Kinder Gottes. So haben wir es ja im vierten Kapitel auch gelesen, dass die Geister geprüft werden sollen, ob sie wirklich aus der Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist hervorgehen in mancherlei Handhabungen oder ob es der Weltgeist ist, der sich verstellt als ein Geist des Lichtes. Und dann sollen wir auch gemahnt werden, immer die richtige Stellung der Welt gegenüber zu haben. Nicht mit den Wölfen zu heulen, die ja doch immer nur Wölfe sind und wir werden aus den Wölfen auch keine Schafe machen, sie bleiben Wölfe, sondern dass wir eine andere Sprache sprechen als die Welt. Die Welt versteht uns nicht, sie hat die eigene Sprache, aber Kinder Gottes untereinander haben auch ihre eigene Sprache, nämlich geführt durch den Heiligen Geist. Und da ist die Verständigung möglich geworden unter Menschen, die vorher nebeneinander und gegeneinander lebten. In der Welt gibt es nämlich keinen Frieden und somit auch keine Einheit. Aber Kinder Gottes sollen auf diese Einheit achten. Und das Band der Liebe sollen sie immer wieder zulassen, was sie umschlingt und zusammenhält, damit nicht ein Schaf abgesprengt wird von der großen Herde und vielleicht mitten in dem Weltgetümmel dann niedergedrückt wird. Und in dem heutigen Abschnitt, ich lese da nochmal den 12. Vers mit, den wir ja schon das letzte Mal behandelt haben bis 21, dann geht es darum, um die Gewissheit, Gott ist immer mit uns. Er bleibt bei seinen Kindern. Die Gotteskindschaft ist fest versiegelt. Und nun lese ich diese Verse ab Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. So wir uns untereinander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist völlig in uns. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das ist wichtig, die Betonung. Sein Geist ist die Garantie der Verbindung. Und wir haben gesehen und zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tag des Gerichtes. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also die kostbare Gemeinschaft der Kinder Gottes soll nicht nur akzeptiert werden, sondern auch immer wieder gesucht werden und gehalten werden. Es kommt also auf jeden dabei an. Nicht, ob ich jetzt nur bloß geliebt werde, sondern ich muss auch den anderen lieben. Ich muss auch das meine dort geben, was Gott gegeben hat. Der himmlische Vater hat uns in die innige Beziehung gesetzt zu ihm, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sein dürfen. Durch seinen Geist in uns. Nicht unser Geist, der für Gott ist, sondern sein Geist in uns ist für Gott. Ja, nicht unser Geist, der ist gar nicht für Gott. Aber nur Gottes Geist in uns ist für den Geber des Geistes. Durch diesen Geist erhob uns der Herr in die Stellung eines Kindes, des zum Vater, die Stellung, die Jesus Christus als der Heiland, der Versöhner uns bewirkt hat. Der Apostel Johannes will diese Kostbarkeit, ein ewig gerettetes Kind Gottes zu sein, aufzeigen. Die Furcht soll aus dem Leben der Kinder Gottes ein für allemal raus. Da ist kein Platz mehr für Angst, für Furcht, sondern da ist Platz für Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Und das muss bleiben. Das wird natürlich ständig angepiekt und streitig gemacht durch mancherlei Erfahrungen, so dass auch Gläubige verunsichert werden und fragen, Ja, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Sie wussten es zwar mal, aber plötzlich sind die Anfechtungen so groß. Es soll uns gesagt werden, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bleibst du auch ein Kind Gottes. Beruf dich auf die Erlösung in deinem Heiland. Allerdings, die Gotteskindschaft soll nicht genutzt werden zu einem Freibrief, dass ich sage, Hauptsache ich bin Gottes Kind, dann kann ich ja machen, was ich will. Das ist kein Freibrief zur Sünde. Nein, wir können nicht machen, was wir wollen, sondern wir tun das, was der himmlische Vater sagt. Gottes Kindschaft ist eine heilige Verpflichtung. Das heißt, Gott ehren durch die ständige, dankbare Bejahung des neuen Zustandes in ihm. Wir schauen nicht zurück auf den alten Zustand als Kinder Gottes. Wir danken jeden Tag für den neuen Zustand. Und wir wollen den neuen Zustand nicht nur einmal sehen, sondern gefestigt sein darin und auch darin leben. Wer ein Kind Gottes ist, bleibt ein Kind Gottes. An dieser Stelle soll die erneute Unsicherheit über die Errettung und die erneute Furcht vor dem göttlichen Gericht entgegengetreten werden. Hier soll gesagt werden, lass dich nicht verunsichern. Bist du ein Kind Gottes, dann bleibst du ein Kind Gottes. Bist du ein Kind Gottes, dann kommst du nicht ins Gericht. Dann fürchte dich nicht vor dem Gericht. Die Bestätigung lautet, wiederholt, Vers 12, Vers 15, Vers 16, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, der bleibt in Gott, wenn er ein Kind Gottes ist. Er ist es ja nicht nach dem äußeren Menschen geworden. Er ist es durch die Wiedergeburt, die Gabe des Heiligen Geistes geworden. Und was Gottes Kind bedeutet, ist nur die Prägung durch den Heiligen Geist. Alles andere ist nicht Gottes Kind, kann nicht Gottes Kind sein. Und hier ist die Gewissheit und der Schwerpunkt, der hier auch ausgedrückt wird in dem Johannesbrief, weil ja zu damaliger Zeit und auch zur heutigen Zeit diese Gläubigen angefochten werden. Wir denken einfach an die Verfolgung auch unter den ersten Christen, unter Nero im Römischen Reich, was da alles geschah. Bin ich denn ein Gotteskind? Oder denken wir an die Aussage der Thessalonicher. Da waren einige gestorben aus der Gemeinde. Und ja, was ist denn nun passiert? Bin ich jetzt ein Gotteskind? Oder sind die anderen die Gotteskinder, die Gott schon zu sich genommen hat? Ich bin übrig geblieben für das Gericht. Das sind ja alles Fragen, die ja durch die Jahrtausende gegangen sind, bis zum heutigen Tag. Ja, auch Kinder Gottes kommen im Erdbeben um. Kinder Gottes werden auch erschossen. Kinder Gottes ertrinken. Und vieles andere in dieser Welt, sie werden gepeinigt. Aber sie sind Kinder Gottes. Das Äußere ist nicht ein Anzeichen dafür, dass sie plötzlich keine Kinder Gottes mehr sind. Und auch uns kann das so gehen, dass uns der materielle Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber ich bleibe dann trotzdem ein Kind Gottes. Ja, das soll ganz fest in uns sein. Da soll die Liebe Gottes pulsieren und die Furcht einfach rausgehen. Ja, ein Punkt, Stichwort Versiegelung. Nach der Buße über unser Sündenleben, über das, was alles verkehrt war in den Augen Gottes, was wir vielleicht auch noch nicht mal so richtig mitbekommen haben. Nachdem wir dann unser Ja zum Herrn gegeben haben. Du bist der Einzige, der mich verändern kann. Und ich danke dir, dass du am Kreuz den Preis zur Erlösung bezahlt hast. Nachdem das geschehen war, gab Gott sein Ja-Wort auch zu uns. Und zwar durch die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist sein Ja-Wort. Er hat Wohnung gemacht. Ja, ich komme zu dir. Durch meinen Geist. Das ist sein Ja-Wort zu mir, zu allen Kindern Gottes. Diese Gabe bleibt bei den Kindern Gottes und führt sie in der Erkenntnis der Wahrheit Schritt für Schritt voran und befähigt sie, am Glaubenswerk stehen zu können. Nur durch diese Gabe, nur durch dieses Ja-Wort Gottes im Heiligen Geist. Anders ist das Werk des Herrn überhaupt nicht führbar. Und anders ist auch die Erkenntnis, die Wahrheit überhaupt nicht möglich. Diesen absoluten Wert, das ist mir persönlich so wichtig, aber es soll uns als Gemeinschaft der Gläubigen auch wichtig sein, müssen wir immer wieder erkennen. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Wir bringen nichts hinaus. Auf uns kommt es überhaupt nicht an, sondern auf das, was Gott tut. Was er in meinem Leben tut und tun will. Durch seinen Geist, durch sein Ja-Wort. Wir kennen ja dies, wenn man eine Ehe schließt, dann sollen ja beide Ja sagen. Wenn nur einer Ja sagt, naja, dann kommt nicht viel Gutes dabei heraus. Aber man fragt ja jeden. Man fragt die Frau und den Mann, nicht? Willst du diesen anderen haben? Das musst du jetzt mit Ja bezeugen. Kannst du nicht einfach nur im Kopf nicken irgendwie, weiß man nicht, ob du es geschüttelt hast oder genickt hast, ja? Das musst du sagen. Ja, ich will dich. Nicht? Und so haben wir Ja gesagt, Herr Jesus, ich will dich. Und Gott sagt, ja, ich will dich auch und ich gebe dir meinen Geist. Und mein Geist ist die Garantie, dass du bei mir bleibst, sonst kannst du gar nicht bei mir bleiben. Einige Stellen zeigen uns ja deutlich, dass das Handeln vor Gott in dieser Welt und die Sicherheit in unserem Herzen nicht aus der Gemeinschaft Gottes zu fallen, in dieser Gabe Gottes des Heiligen Geistes liegt. Der Herr Jesus hat diesen anderen Tröster verheißen und hat gesagt, der bleibt bei euch, ja? In Römer 8, Vers 9, da steht zum Beispiel, ihr seid doch nicht fleischlich, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Das ist die Garantie. Er wohnt doch in euch, ja? Und in Vers 11 desselben Kapitels, eure sterblichen Leiber werden lebendig gemacht, geheiligt durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Christi, der in euch wohnt. Mit anderen Worten, eure sterblichen Leiber können nichts Gutes veranstalten. Wenn nicht der Geist Christi diese wieder in eine Richtung bewegt, wo die gar nicht hinwollten. Zu Taten bewegt, was die nie machen wollten. Der Geist Gottes ist es allein, der die Kinder Gottes zu neuen Taten bewegt, zu richtigen Taten bewegt. Und das meint hier auch der Apostel Paulus. Und darum sagt er in Vers 14 desselben Kapitels, wer von Geist Christi bewegt wird, der ist wirklich ein Kind Gottes. Wer nicht bewegt wird durch den Heiligen Geist, ist kein Kind Gottes. Da kann er machen, was er will. Er kann religiös sein, wie er will. Aber er ist kein Kind Gottes. Kinder können nur Kinder Gottes bewegte sein durch den Geist des lebendigen Gottes. Und in Vers 23 desselben Kapitels heißt es dann, wir haben des Geistes Erstlinge, das nämlich das Sehnen nach der Gotteskindschaft. Gotteskindschaft, das steht hier im Verhältnis auch mit der Schöpfung, die sich ja sehnt nach der Erlösung. Und auch wir haben eine Sehnsucht, die wir vorher nicht kannten, die Gotteskindschaft in allen Umfängen zu erleben. Und die erleben wir dann im ganzen Umfang, wenn wir das Störende, nämlich unser Leib, ablegen. Der stört uns immer bei dieser Erfahrung, was eine gesamte Gotteskindschaft bedeutet. Ja, weil der Leib immer etwas anderes möchte. Der ist sehr erdgebunden und will überhaupt nichts vom Himmel in Wahrheit wissen. Wer also Christi Geist hat, bleibt in Gott und kann nicht mehr von der Erlösungsgnade getrennt werden. Gott hat sein Ja-Wort gegeben. Und deswegen freuen wir uns ja auch immer über die Ehen, die lange halten. Da sieht man, also das heißt ja nicht, dass da überhaupt keine Vorkommnisse waren, die so eine Ehe hätten auseinanderbringen können. Aber das Ja-Wort war so echt und tief, dass immer der Zusammenhalt wieder neu gesucht worden ist. Und so ist das auch mit der Gotteskindschaft. Gottes Ja-Wort ist so tief, dass er bei meinem Versagen trotzdem sein Ja-Wort behält und sagt so, ich stelle dich wieder auf die Füße. Ja, das müssen wir einfach auch für uns ganz persönlich neu sehen. Wer Christi Geist hat, bleibt in Gott und kann von der Erlösungsgnade nicht getrennt werden. In Johannes 10 sprach es der Herr Jesus vor seinem Leiden schon aus, indem er ja doch die Zuhörer trösten wollte und ihnen auch und auch die Jünger trösten sollen, die plötzlich ganz entgegen dem religiösen Verständnis in Israel einen neuen Weg gingen. Ja, lohnt sich denn das? Fallen wir da nicht wieder auf die Nase? Was sagte Herr Jesus? Nein, nein, was du jetzt dann erlebst, das wird wirklich fest sein. Ich gebe ihnen, meine Schafe, das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Niemand. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Alles in der Welt, ja. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Das ist ein Zuspruch, der auch den Jüngern damals gegeben worden ist, damit sie auch weiter gewisse Tritte in dieser Zeit tun. Dass sie nicht erschrecken, wenn plötzlich was Arges, was Böses auf sie zukommt und dann plötzlich sagen, na wahrscheinlich habe ich noch nie zu Gott gehört, weil ich im Gefängnis sitze, weil ich geschlagen werde. Gott hat mich verlassen, wenn es überhaupt einen Gott gibt. Das darf und soll niemals aufkommen. Nein, wo ich auch bin. Das sehen wir auch in diesem guten Beispiel von Paulus und Silas. Paulus und Silas. Die ja dann den Ruf hatten, nach Europa zu kommen, das Evangelium zu verkünden. Und als sie das so einfach getan haben, tja, da wurden sie geschlagen. Und wurden ins Gefängnis gesteckt, weil sie in Vollmacht etwas sagten und taten. Und waren in der Ecke, wo es am dunkelsten ist, nass, kalt. Und dann fingen sie an, Gott zu loben. Weil sie ja Gotteskinder waren. Ja, das Gefängnis konnte ihnen ja nicht signalisieren, pass mal auf, wahrscheinlich hast du dich geirrt. Du bist gar kein Gotteskind. Nein, sie fingen an zu loben und zu danken. Und Gott bekannte sich zu seinem Ja-Wort. Und machte die Türen auf. Die Ketten fielen ab. Das heißt, es gibt Situationen, wo wir sehr angefochten sind, aber wir sollen dran denken, niemand wird uns, so wir Gotteskinder sind, das ist die Voraussetzung, niemand wird uns aus der Hand unseres Gottes reißen. Das betonte ja der Apostel Paulus auch nochmal im achten Kapitel des Römerbriefes, aus dem wir ja eben schon mal was gelesen haben. Und da spricht er von diesem Ja-Wort, von dieser Liebe, in Vers 35 und dann Vers 38 erst diese Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer will das? Er spricht ja jetzt nicht von denen, die noch gar nicht in der Gegenwart Gottes sind, die keine Kinder Gottes sind, sondern er spricht von denen, die die Kindschaft empfangen haben. So können wir auch in Vers 23 lesen, dass wir die Kindschaft bekommen haben und warten auf die Erlösung unseres Leibes. Wer will uns von der Liebe Gottes sein? Kann das Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Fährlichkeit oder Schwert? Nein, Vers 38, ich bin ganz gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Das sind so feste Worte, die uns ermutigen sollen, auch in der Jetztzeit uns als Kinder Gottes zu erkennen und so leben zu wollen. Gleich, was um uns herum geschieht. Ja, wir brauchen uns damit gar nicht so stark zu beschäftigen, aber damit beschäftigen, dass wir Kinder Gottes sind und danach leben wollen. In Jesus Christus sind wir geheiligt und nicht nur das, sondern auch bewahrt. Geheiligt durch Golgatha, Vergebung der Schuld, aber auch bewahrt auf die himmlische Zukunft, auf den Himmel, den wir einst einnehmen dürfen. Judas schrieb ja in seinem Brief im ersten Vers, Er spricht ja die Adressaten so an, den Berufenden, schreibe ich, die geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesus Christus. Zu denen hat er dann geschrieben, ja. Er bezeichnet sie genau als solche. Ihr seid geheiligt und ihr werdet bewahrt. Die Erkenntnis, dass wir in Gott sind und bleiben, liegt also darin, dass wir seinen Geist empfangen haben. So haben wir es in Vers 13 auch gelesen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Daran erkennen wir das. Wenn er uns nicht von seinem Geist gegeben hat, würden wir das nicht erkennen. Aber daran erkennen wir das, dass wir in ihm bleiben. Sein Geist hat uns lebendig gemacht, das heißt zum Leben aus Gott befähigt. So steht es auch in Johannes 6, Vers 63, wo der Herr sagt, ja, das Wort tötet, nur der Geist macht lebendig zum wahren Leben. Der Geist macht lebendig. Das ist der Geist Gottes, nicht irgendein Geist, sondern der Geist Gottes. Sein Geist hat uns für immer auch versiegelt, versiegelt. Ja, so einen wirklichen festen Stempel aufgedrückt. Dieses Siegel kann keiner brechen. Das hat Gott selbst gegeben. Wir merken also, uns persönlich ist das ja alles aus der Hand genommen. Ja, ich kann nicht sagen, naja, das lag jetzt an mir, weil ich mich bekehrt habe. Naja, du kannst dich bekehren, aber wenn Gott sein Ja nicht dazu gibt, dann nützt dein Wille auch nichts. Sondern sein Stempel ist wichtig, dass er den mir aufdrückt. Und so lesen wir das ja auch im Epheserbrief, Kapitel 1, 13 und 14. Vers 13, das ist ja ein ganz langer Satz, wenn ihr den mal ab Vers 3 liest, das ist ein Satz, Vers 3 bis 14. Kann man so in einem Satz lesen. Aber Vers 13 steht, durch ihn habt ihr ja gehört, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung ist, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Versiegelt und niemand kann dieses Siegel brechen, das Gott aufgedrückt hat. Sein Geist ist die Sicherheit zum Erbe im Himmel. Dadurch wissen wir, dass wir ein himmlisches Erbe haben, auch Kolosse 1, 27. Dieser segnende Hinweis, Gott bleibt in uns, soll dazu dienen, nicht erneut in Gedanken der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit zu versinken. So wie die Welt in Traurigkeit ständig und Hoffnungslosigkeit versinkt. Denn als Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Thessalonisch schrieb, machte er gerade diesen Zusatz in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Vers 13, da ging es ja um das Geheimnis, also der Entrückung. Aber er leitet das so ein und sagt, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen. Warum wollen wir das nicht? Auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr sollt nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Im Gegenteil, ihr sollt in dem Bewusstsein des Lebens stehen und bleiben, dass Gott durch die Versiegelung im Heiligen Geist euch gegeben hat. Wir sollen also in der inneren Befreiung durch Christi Blut und die Rechtfertigung durch seine Auferstehung von den Toten leben und stehen. Und das jeden Tag. Das jeden Tag. Gleich, ob unser Haus zusammenfällt, in dem wir wohnen. Wir sollen in der Hoffnung bleiben, weil der Geist des himmlischen Vaters in uns ist und das Leben signalisiert und offenbart und uns immer wieder tröstet. Wir sollen wissen, dass wir nicht untergehen, sondern schon jetzt in dieser Zeit beginnend ewig mit dem himmlischen Vater leben. Wir leben schon auf Erden mit dem himmlischen Vater, der auch versprochen hat, uns zu versorgen. So wie es der Herr Jesus ja sagt, sorgt nicht. Das überlassen wir, das überlassen wir, das überlassen wir, das mache ich schon. Du bist doch mein Kind, Kind des himmlischen Vaters. Wir sollen also nicht wieder da rein verstrickt werden. Johannes erinnert daran, welche Glaubensäußerung die Gottes Kindschaft in uns bewirkt hat. Und deshalb der himmlische Vater mit uns in Verbund getreten ist und bleibt. Keine Zeit, weder freudige Zeiten noch Anfechtungszeiten sollen uns nötigen, anders zu leben als ihm als Gotteskind. Fünf Glaubensäußerungen haben sich in uns durch den Heiligen Geist gezeigt, haben Wirkung in unserem Leben genommen und zeigen uns, dass wir nicht mehr von der Welt, sondern von Gott sind. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir stimmen genau in das ein, was Jesus in Johannes 17 sagt, in seinem Gebet, Vater, diese, die zu mir gehören, sind nicht mehr von der Welt. So wie ich auch nicht. Und das merken wir, das ist auch ein Zeugnis durch den Heiligen Geist, dass wir gar keinen Anteil haben mit dem Wesen dieser Welt. Das interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Was uns früher interessiert hat, das ist einfach so auf Abstand gekommen. Ja, das sieht man, das findet noch statt alles, aber es tangiert uns gar nicht mehr. Und wir wollen es eigentlich auch gar nicht mehr. Wir haben gar kein Verlangen danach. Das ist also auch ein wichtiges Zeugnis. Wir gehören zu den ewigen, zu den ewigen Dingen und nicht zu den zeitlichen Dingen. Die ewigen Dinge haben Priorität genommen in unserem Leben. So wie es ja auch nicht denkbar ist in einem Beispiel, dass zum Beispiel ein Bäckermeister, der alle Grundmittel hat, um Brot zu backen und andere Menschen oder auch andere Teigwaren, andere Menschen damit zu segnen, dass sie gesättigt werden. Dass der vielleicht dann die Frage stellt, was werde ich essen? Das ist unmöglich. Der hat alles. Er backt und verkauft das oder gibt es den Leuten. Und dann wird er nie die Frage stellen, ja was soll ich denn essen? Er hat doch alles. Und so ist das in der Gotteskindschaft auch. Wir gehören zu den ewigen Dingen und nicht zu den zeitlichen Dingen. Wir haben nicht die Fragen, was wird daraus, sondern wir haben sie ja, die ewigen Dinge, durch das Ja-Wort des himmlischen Vaters. So soll es also nicht denkbar sein im Leben der Kinder Gottes, dass die Grundvoraussetzungen zum Leben im Himmel, die da vorhanden sind, erneut nachgefragt werden. Nachgefragt werden, ja, ob ich ein Erretteter bin oder nicht. Das soll nicht vorkommen, denn ich weiß, ich bin erlöst. Da können ja alle sagen, du bist es nicht, ich weiß es trotzdem. Ja und da soll nie das vorkommen, dass ich jetzt frage, ja erlöst, ja ich kenne viele, bin ich aber wirklich erlöst. Das soll nie aufkommen können. Die Glaubenszeugnisse lauten also, einiges nenne ich, der Vater hat den Sohn als Retter in die Welt gesandt. Vers 14 haben wir das gelesen. Wir haben gesehen und zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Das ist ein Zeugnis, das wissen wir, ja. Das wissen wir einfach. Und zwar diese Verheißung von 5. Mose 18, 15 und weitere, wo auch Mose sagt, einen Propheten wie mich wird Gott senden und der, den müsst ihr hören, der wird zur Erlösung gesandt und wer ihn nicht hört, der wird schuldig sein. Oder in Psalm 130, Vers 7 und 8, wo es heißt ja auch von Israel, es kommt der Erlöser. Ja, ihr braucht den Erlöser. Und die Jünger haben das dann gesagt, in Johannes 6, Vers 69, wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist. Das haben wir gesehen, der Sohn Gottes. Das ist das Zeugnis, was der Heilige Geist in den Kindern Gottes ausspricht. Und ein zweites Glaubenszeugnis, Jesus ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes. Vers 15, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und dieses Bekenntnis haben wir auch. Wir wissen, dieses Bekenntnis wird sehr streitig gemacht von vielen, die sagen, nein, Jesus ist nicht Gott, ja, nicht Gottes Sohn, er ist ein Prophet, ja, aber er ist nicht Gott. Doch wir haben erkannt und geglaubt, dass er Christus ist, der Sohn Gottes. Der Apostel Paulus hat das ja auch bestätigt und in dem Brief an die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 19 sagt er ganz deutlich, Gott war in Christus. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, in Christus. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Das ist ein Zeugnis durch den Heiligen Geist, das wir bestätigen und sagen, ja, das ist so. Das ist so, das wissen wir. Das lassen wir uns auch nicht nehmen, nicht diskutieren, sondern wir wissen, es ist so. Oder Johannes 14, Vers 9, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Natürlich mit geistlichen Augen. Wer Augen bekommen hat zu sehen, der sieht ja sowieso anders als nur mit den materiellen Augen. Wer Ohren hat zu hören, sagt einmal der Jesus, der höre. Wer geistlich hören kann, der hört anders als jemand, der nicht zu Gott gehört. Also das bestätigt der Heilige Geist in uns, das wissen wir. Darum konnte auch Thomas, Zwilling genannt, als er oder Jesus ihm begegnete, als der Herr ja auferstanden war. Erst hat Thomas nicht geglaubt, aber dann hat er das gesehen. Und dann sagt er die zwei Worte, du bist mein Herr, mein Gott, mein Gott, du bist Gott. Und dieses Bekenntnis ist nur durch den innewohnenden Geist, den der Herr gibt, den Gott gibt, möglich. Ein weiteres Glaubenszeugnis, wir haben in Vers 16 gelesen, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Das haben wir erkannt. Wir haben gemerkt, das ist Liebe, was uns begegnet ist. Wir wissen, dass unsere Erlösung nicht aus dem Rechtsdenken Gottes, des Schöpfers, gekommen ist. Ich will einfach Recht haben und deswegen muss ich jetzt mal hier etwas unternehmen, damit das Unrecht gestraft wird. Nein, das ist wohl in dem Opfer zu sehen, dass wir gerechtfertigt werden. Aber er hat es getan aus Liebe. Und das haben wir erkannt. Gott liebt mich. Deswegen, er hat schon immer geliebt, so wie es auch im Propheten Jeremia 31 steht, Vers 3, schon zu Israel und weiter noch gedacht, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Also nicht aus Rechtsdenken, sondern aus Liebe. Und das haben wir auch erkannt, ja. Oder in Epheser 2, Vers 4, durch seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er uns erlöst. Das haben wir erkannt. Also deswegen fühlen wir uns so richtig umsorgt und geliebt, ganz persönlich, auch wenn alle anderen uns nicht lieben, aber ich weiß, Gott liebt mich. Weil er das aus Liebe getan hat. Und natürlich dieser Schlüsselvers, den kennen wir ja auch alle, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da können wir erstmal eine ganze Weile drin verharren und dann sehen wir, was dadurch geschehen ist. Nicht durch ein Rechtsdenken, sondern ein Lieben. Und das ist genau das Zeugnis, von dem Johannes hier auch spricht. Das haben wir erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, hat uns einfach so angenommen aus Liebe. Und dieses Zeugnis beweist in uns, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, wo wir das erfahren haben. Das kann nur aus der Gemeinschaft mit Gott entstehen. Deshalb ist ein Leben in der Freude als Kind Gottes zu jeder Zeit möglich. Und noch ein weiteres Glaubenszeugnis, dass wir befreit sind von der Furcht vor dem ewigen Gericht. Vers 17 und 18 haben wir ja da gelesen, darin ist diese Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tag des Gerichtes. Eine Freudigkeit. Denn wir sind in der Welt, wie Jesus auch war. Aber wir fallen nicht, weil wir noch hier in der Welt sind, dem Gericht anheiben später. Wir haben eine Freudigkeit. Und zwar die Freudigkeit, dass wir nicht in das Gericht, in Gericht kommen, vor dem Weißen Thron, wie es ja auch in der Offenbarung 20 geschrieben steht, sondern wir haben Anteil an der ersten Auferstehung. Wir kommen vor den Preisrichterstuhl unseres Heilandes und werden noch belohnt für das, was wir durch seinen Geist in dieser Zeit tun durften. 2. Korinther 5, Vers 10 vor dem Preisrichterstuhl. Oder 1. Korinther 3, Abvers 12, da heißt es ja, es wird dann geprüft, was hat Bestand, was hat nicht Bestand, Gold, Silber, Edelstein oder Holz, Heustoppeln. Ja, das wird alles durch das geistliche Feuer geprüft, was Untaugliches raus, was Taugliches bleibt bestehen. Und nehmen wir mal an, dass auch ein Kind Gottes tatsächlich sich verleiten ließ, immer mit Holz zu arbeiten statt mit Gold. Dann wird die Seele doch selig wie durchs Feuer. Gottes Kindschaft kann also selbst durch dieses gut gemeinte, aber doch Fehlhandeln nicht aufgehoben werden. Und dieses fünfte Zeugnis, was wir in uns tragen, ist diese verbindende Liebe mit allen Gläubigen. Vers 20 und 21, wenn jemand sagen würde, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, das stimmt einfach nicht, der liebt Gott gar nicht. Ja, das ist ein Lügner. Wer aber seinen Bruder liebt, den er ja sieht, der liebt auch Gott. Und wer ihn nicht liebt, den er sieht, kann er Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Das ist aber das Gebot, dass wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch die Glaubensgeschwister liebt. Das ist auch ein Zeugnis. Wie können wir, die wir unterschiedlich sind in der Gemeinde Jesu miteinander überhaupt leben? Ich habe das öfter mal hier betont. Ich bin davon fest überzeugt, wenn wir keine Kinder Gottes wären, würden wir gar nicht hier sitzen zusammen. Weil jeder in seinem weltlichen Leben hat seinen Privatbereich. Den will ich ja gar nicht. Ich habe mein Hobby hier. Und wenn der nicht mit mir das macht, dann ist der sowieso für mich geschieden. Mit dem habe ich nichts zu tun. Man hat so seine Kreise in der Welt gehandelt, wo andere keinen Zutritt hatten. Und man hat sich mit den anderen Leuten noch gar nicht abgegeben. Das ist so. Der Mensch macht das so. Aber allein dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind, haben wir eine Verbindung, die wir nie selber gesucht hätten, aber die auch funktioniert. Da kann man plötzlich den Leben lieben, den man vorher separiert hat und weggestoßen hat. Den kann man plötzlich lieben. Das ist so wunderbar. Das ist auch das Zeugnis der Gotteskindschaft und da sollen wir drin bleiben. Das soll uns zeigen, wir haben den Geist des Vaters bekommen und wir dürfen Gotteskinder heißen. Und diese Tatsache zeigt uns, dass Gott in uns ist und wir in ihm. Und wir getröstet sind. Wir großen Frieden haben und Zeugen dieser Wahrheit sein können. Und die Tage der Kinder Gottes können in Wahrheit durch das neue Leben immer nur herrlicher werden. Das Leben mit Gott nimmt nie ab, auch nicht in der Welt. Im Gegenteil. Immer herrlicher. Je schlechter unser Leib wird, desto mehr tritt die innere Freude hervor, die ja immer noch durch die Aktivitäten des Leibes oft gebremst wird, weil er alles so kann, macht er alles selbst, ja und so weiter. Aber je unfähiger man ist, äußerlich, desto herrlicher kommt das wahre Leben zum Vorschein. Denn Paulus hat auch geschrieben in 2. Korinther 4, Vers 16, Wenn auch der äußere Mensch verdirbt, wie auch immer, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und ich hatte mal das Beispiel von dieser gelähmten jungen Frau gegeben, die also eine zunehmende Lähmung hatte. Und die konnte jetzt nun gar nichts mehr machen. Und selbst die Verlobung, die sie ja schon eingegangen war, wurde wieder aufgelöst. Und sie lag nur noch im Bett und konnte nur noch mit den Augenlidern so ein bisschen klappern. Mehr nicht. Aber an ihrem Bett wurden Leute ruhig, still und Bekehrungen fanden statt. Weil das eigentliche Leben aus Gott viel stärker hervortrat, als das Leben, was sie mit dem Körper hätte zeigen können. Das ist das, was Paulus meint. Und darauf sollen wir uns berufen, auch wenn äußerlich es bergab geht, bleibt die Gotteskindschaft bestehen und da geht alles noch besser und bergauf. Darum, Vers 19, Johannes sagt, deswegen lasst uns ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Das will sagen, wir sollen zu jeder Zeit in der Familie Gottes bleiben, darin leben, daraus handeln. Weil Gott immer lebt und immer bleibt. Und da zitiere ich nochmal Vers 16b, wo es dann ja heißt, wer in der Liebe bleibt, einmal das Wort bleiben, der bleibt auch in Gott und Gott bleibt auch in ihm. Ja, das ist so diese Verbundenheit. Und das soll uns Mut machen, auch in unserer Zeit. Es wird immer in unserem Leben besser. Innerlich. Und soweit zu diesen Versen. Bis zum nächsten Mal. Dies ist das Sgehen- angst.